So, da fährt der Roddy Rheinzberger auf die Strecke, Steve Gürsch, der Lokalmatador, macht noch ein kleines Päuschen, er muss nicht viel machen, also hier geht es manchmal echt knapp zu, er muss nicht mehr viel machen, ein Sieg und die Meisterschaft in der Division 3 gehört ihm, da rollt er gerade nochmal raus, mal schauen, wie er heute hier abliefern wird. So, da fährt der Roddy Rheinzberger auf die Strecke, der Lokalmatador, macht noch ein kleines Päuschen, der Lokalmatador, macht noch ein kleines Päuschen.